Heute gibt es wieder 10 nützliche Tipps, wie du deinen Workflow in Logic Pro massiv verschnellern kannst und ich verspreche dir, auch dieses Mal sind wieder ein paar richtige Kracher dabei, die dich begeistern werden. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal ist Musikproduktion in Logic Pro. Wenn du professionelle Musikproduktionen machen möchtest, solltest du in der Lage sein, zügig zu arbeiten. Zum einen Mal, weil in der Musikproduktion Zeit Geld ist, das heißt, du solltest möglichst schnell und so gewissenhaft wie nötig Produktionen fertig zu bekommen und zum zweiten ermüden unsere Ohren leider auch recht schnell. Das heißt, du bist nach wenigen Stunden schon nicht mehr wirklich in der Lage, objektiv zu beurteilen, was du da eigentlich machst. Und die beste Methode, um zügiger und schneller arbeiten zu können, sind Shortcuts, mit denen du die meistens einige Mausklicks sparst. Bevor es jetzt gleich losgeht, möchte ich dir nochmal meine Logic Workflow Checkliste ans Herz legen. Da gebe ich dir nochmal 10 weitere Tipps, wie du Logic für dich individualisieren kannst, wie du Logic so einrichten kannst, damit es zu deinem Arbeitsstil passt. Jetzt geht es aber los, genug geredet. Wir fangen an mit Tipp Nummer 1. Und der ist das Transponieren von MIDI-Regionen. Du kannst ja hier im Piano-Roll-Editor jetzt natürlich MIDI-Events transponieren, indem du sie anfasst und nach unten und nach oben ziehst. Es gibt dafür auch Shortcuts, die jetzt hier nicht zu diesem Beispiel gehören. Aber das Lustige ist, du kannst es auch direkt in der Region machen, ohne dass du hier unten in den Piano-Roll rein musst. Und zwar über den Tastaturkurzbefehl Alt und Pfeil. Du siehst also, ich bin nicht im Piano-Roll, sondern ich bin hier oben aktiv im Arrangement-Fenster und ich habe hier unten im Piano-Roll auch nichts markiert. Ich drücke jetzt also Alt und gebe Pfeiltaste nach oben und nach unten. Und tatsächlich siehst du da, wie von Geisterhand bewegen sich hier die MIDI-Events von oben nach unten, ohne dass du direkt in den Piano-Roll rein musst. Und damit kommen wir gleich zu Tipp Nummer 2. Hier möchte ich dir zeigen, wie du schnell Loops findest, die gut zusammenpassen. Ich öffne hier über den Tastaturkurzbefehl O unseren Loop-Browser und dann werden dir hier alle Loops vorgeschlagen. Meistens passen die aber nicht so hundertprozentig zusammen. Du hast verschiedene Arten von Beats, du hast verschiedene Möglichkeiten zu suchen. Aber was, wenn du jetzt gerade nicht so kreativ bist und du möchtest, dass dir Logic hier ein bisschen hilft? Dann kannst du hier oben auf Soundpakete gehen und dann auf Alle einblenden. Und jetzt hast du hier verschiedene Möglichkeiten. Das ist wirklich genial. Wenn du nämlich hier ein Soundpak auswählst, ich gehe mal hier in Disco-Funk, dann findest du Loops dieses Genres, die schon recht gut zusammenpassen. Ich nehme mal hier zum Beispiel Down With It. Du siehst, die heißen hier alle Down With It und du hast hier Beats, Bässe, Funkgitarren, Synthesizer, alles was das Herz begehrt. Die kannst du schon mal übereinander ziehen, um schnell eine Songidee zu bekommen. Weiter geht es mit einem richtig coolen Trick, den ich lange Zeit tatsächlich nicht gekannt habe. Und zwar habe ich hier unten eine Drummerspur. Und der Beat klingt so. Und sagen wir mal, der Beat hier, der Gefällt dir, der Groove gefällt dir, aber der Sound des Drummers nicht. Du kannst jetzt natürlich im Drummer selber diese Schlagzeuge auswählen, aber das sind meistens Akustik-Drumsets. Wenn du jetzt zum Beispiel möchtest, dass diesem Groove ein elektronisches Drumkit spielt, dann kannst du einfach den Drummaschinen-Designer dafür verwenden. Also, ich mache eine neue Spur auf, öffne den Drummaschinen-Designer und suche mir jetzt hier auf der Seite irgendeinen Kit raus, das mir gut gefällt. Und alles, was du jetzt machen musst, und das ist wirklich genial, ist diese Drummerspur hier einfach runterzuziehen auf die Drummaschinen-Designer-Spur. Zack, er verwandelt automatisch jetzt die Drummerspur in eine Midi-Spur. Und schon spielt den Drummer-Groove jetzt hier mein Above-and-Beyond elektronisches Drumkit. Übrigens, was viele in dem Zusammenhang auch nicht wissen, ist, dass du auch Midi-Drum-Loops auf den Drummer ziehen kannst und er dir dann trotzdem abspielt. Zum Beispiel hier diesen D&B-Traffic-Beat. Ja, dadurch, dass es grün ist, siehst du, dass das eigentlich ein Midi-Loop ist und dehnt sich jetzt einfach auf die Drummerspur und dann spielt er mir diese Spur hier in diesem Drumkit hier ab. Tipp Nummer 4. Einrasten oder zu Englisch Snapping, schnell aus- und einstellen. Es kann ganz nützlich sein, wenn du hier oben den Einrasten-Modus hast. Ich habe den hier auf Takt gestellt, insbesondere wenn du mit mehreren Regionen arbeitest. Wenn du hier Regionen verschieben möchtest und du möchtest die Taktweise verschieben, zum Beispiel um Soundparts zu vertauschen und mit ihnen zu arbeiten, dass es dann nicht irgendwo in der Mitte einrastet. Also du siehst jetzt hier, wenn ich hier verziehe, dann lässt er mich nur auf die Takte einrasten. Ich könnte jetzt natürlich, wenn ich feiner einrasten möchte, zum Beispiel hier in der Mitte, einfach hier verstellen und auf Beats gehen oder auf einen kleineren Wert gehen. Aber das kann ultra nervig sein, wenn du da immer hin- und herschalten musst. Und deswegen gibt es einen super Shortcut, um Snapping oder Einrasten kurzfristig ein- und auszuschalten. Und es ist ganz einfach. Also nochmal. Ich fahre hier hin und her und du siehst, er lässt mich nur auf die Takte einrasten. Und alles, was du jetzt machen musst, und das ist jetzt wichtig, die Reihenfolge, zuerst die Regionen oder die einzelnen Regionen mit der Maus anklicken und dann Control drücken. Was jetzt passiert ist, ist, ich habe den Einrasten-Modus temporär ausgeschaltet. Und du siehst, wenn ich jetzt hier versuche zu verschieben, dann kann ich praktisch Flawless verschieben. Also ohne, dass er irgendwo einrastet. Wenn ich jetzt zum Beispiel wieder nach hier gehe und hier jetzt reingehe und wieder die Control-Taste loslasse, dann rastet er mir der taktmäßig ein, aber der hält die relative Position bei. Ich bin jetzt nicht auf dem genauen Beat, auf dem Downbeat, sondern ich bin ein dahinter. Also kann ich das gleich nochmal machen. Ich klicke hier drauf, gehe dann auf Control und raste jetzt wieder schön auf die Eins ein und das war's. Shortcut Nummer 5 und das ist auch wieder ein Organisations-Shortcut, besonders wenn du Projekte anfängst. Und das ist, wenn du neue Spuren erzeugen möchtest und zwar neue Spuren des gleichen Genres. Also ich meine jetzt Audio-Dateien, MIDI-Dateien oder zum Beispiel Drummer-Dateien. Auch das geht ganz einfach und zwar indem du unter die entsprechende Spur Doppelklickst. Ich habe jetzt hier eine Drummer-Spur, ich mache hier einen Doppelklick drunter und habe einen Drummer hier gleich drunter geladen. Ich habe hier jetzt eine Audio-Spur, mache den Doppelklick hier drunter, er lädt mir eine Audio-Spur und so weiter. Das gleiche geht auch mit MIDI-Spuren. Oft ist es ja so, dass du, wenn du im Arrangement arbeitest, die gleiche Spur drunter haben möchtest, also MIDI oder Audio oder wie auch immer. Und deswegen finde ich das einen guten Trick. Du musst nicht immer erst zur Tastatur greifen und dann deinen Shortcut eingeben, sondern du kannst direkt mit der Maus hier jetzt von mir aus auch mehrere Spuren der gleichen Art untereinander bringen. Tipp Nummer 5, Automationsdaten langsam bewegen. Auch das ist eine Sache, die ich sehr oft gefragt werde. Und zwar ist es ja so, wenn du jetzt sehr genau arbeiten möchtest, bei solchen Automationsdaten kann es teilweise nervig sein, da irgendwie richtig einzurasten. Und das ist wirklich schwierig, insbesondere wenn du sehr, sehr viele Automationspunkte hast. Da kann dir echt dann der Finger verkrampfen an der Maus oder du fängst an zu schielen, weil du dich so konzentrieren musst. Und deswegen gibt es eine Möglichkeit, wie du die Automationsdaten sehr, sehr langsam bewegen kannst. Auch das funktioniert wieder über die Control-Taste. Hier wieder der gleiche Ablauf wie beim letzten Tipp. Erst den Punkt hier anklicken und halten. Und jetzt siehst du, wenn ich jetzt hier auf Control klicke und bewege meine Maus, dann bewegt sich hier der Automationspunkt nur sehr, sehr langsam. Ich mache es nochmal ohne Control, sehr, sehr schnell. Mitgehaltener Control-Taste sehr langsam. Und so kannst du viel genauer, viel besser einrasten. Wenn wir so beim langsamen Verschieben sind, dann können wir da auch gleich mal uns Regionen angucken. Wie kannst du Regionen langsam verschieben? Das ist auch manchmal so ein Punkt, du musst Regionen sehr genau verschieben. Insbesondere bei Audiomaterial wird irgendwas zeitlich in der Timeline nicht gut zusammenpasst. Und auch das kann nerven, weil du dann teilweise sehr gut zielen musst und weil es sich zu schnell bewegt und einfach unübersichtlich wird. Und du kannst auch Regionen sehr langsam bewegen und verschieben. Und zwar, wenn du die Region wieder greifst und dann Shift-Control gedrückt hältst. Jetzt siehst du, dass ich sehr, sehr langsam nur noch diese Region hier bewege. Wenn ich Shift-Control wieder loslasse und meine Region normal ziehe, ist es wieder sehr, sehr zügig und es ist schwierig zu zielen, wo du hin möchtest. Wenn ich aber hier draufgehe, erst anklicke, Shift-Control gedrückt halte, kann ich sehr, sehr langsam mit Regionen arbeiten. Wir gehen weiter zu Tipp Nummer 8 und auch hier geht es wieder darum, Regionen zu verschieben und richtig einzurasten. Und zwar ist es oft schwierig, wenn du jetzt zum Beispiel eine Region in eine neue Spur verschieben möchtest, diese richtig zu treffen. Und das verschiebt sich dann teilweise. Das heißt, ich möchte jetzt zum Beispiel einfach diese Spur hier kopieren oder runterziehen. Und ich mache das schnell irgendwie und jetzt bin ich verrutscht und dann ist er mir hier. Ich möchte aber, dass er genau an der gleichen Stelle nach unten verzogen wird. Dann gibt es auch hier wieder eine einfache Möglichkeit, indem du erst wieder die Region anklickst, dann die Shift-Taste gedrückt hältst und dann runterziehst. Und jetzt siehst du, wenn ich jetzt hier mit meiner Maus nach rechts und nach links möchte, erlaubt er mir das nicht. Das funktioniert übrigens auch im Piano-Roll. Wenn ich jetzt hier mal reingehe und hier kann es ja teilweise sogar noch schlimmer sein. Du möchtest jetzt also hier eine Note verschieben oder zwei. Ich möchte dich einfach hier nach unten verschieben. Oh, jetzt bin ich verrutscht. Siehst du, bin ich mehr auf dem Downbeat. Jetzt ist das ein riesen Gefummel und wo war ich vorher? Und auch da, das ist extrem nervig. Hier kannst du jetzt wiederum diesen Trick anwenden. Das heißt, ich drücke zuerst ein oder mehrere Midi-Events. Dann drücke ich die Shift-Taste und er erlaubt mir jetzt nicht mehr, siehst du hier, er erlaubt mir nicht nach links und nach rechts zu rutschen, sondern er rastet tiefer ein, aber genau in der gleichen Zeitposition. Was richtig heiß ist, was ich auch erst vor kurzem gelernt habe, ist, dass du in Logic auch scrubben kannst. Also hin und her scrubben, was nützlich sein kann, wenn du in der Stelle ganz genau oder langsam oder öfter reinhören möchtest. Auch das ist in Logic möglich, wenn du ein paar Einstellungen vornimmst. In Schritt Nummer 1 gehst du hier auf Logic Pro, Einstellungen und dann auf Audio. Hier kannst du jetzt unter Bearbeitung Scrubbing einschalten. Ich habe das Häkchen hier schon gesetzt. Das musst du einschalten und du kannst hier die Scrub-Geschwindigkeit festlegen. Das war es jetzt erst schon mal von dieser Seite. Und dann musst du dir noch einen Pause-Button anlegen, sonst funktioniert das nicht mit dem Scrubben. Dazu machst du hier einen Rechtsklick auf die Steuerungsleistung und gehst auf Steuerungsleistung Anzeige anpassen. Alles, was du jetzt noch machen musst, ist Pause zu aktivieren. Dann hast du hier oben deinen Pause-Button. Und wenn der aktiviert ist, dann kannst du durch dein Projekt scrubben. Tipp Nummer 10 Stille entfernen. Das hieß früher auch Strip-Silence und war ein bisschen kompliziert. Jetzt ist der Arbeitsablauf viel, viel einfacher. Das ist insbesondere nützlich bei akustischen Drums, die als Multitrack-Session aufgenommen worden sind, wo du Stille zum Beispiel bei Instrumenten, die nicht so viel spielen, entfernen möchtest oder ein Gate einsetzen möchtest oder was auch immer. Und das geht jetzt tatsächlich einfacher. Ich habe also hier meinen Drum-Loop geladen. Der klingt zunächst mal so. Und mal angenommen, das ist bei dem Loop jetzt hier nicht so, aber es wären Störgeräusche drin. Und ich möchte einfach diese leiseren Elemente hier rauslöschen. Dann kann ich mit Strip-Silence arbeiten. Dazu markiere ich einfach die Region und gehe dann auf Ctrl-X. Und jetzt macht er mir das Strip-Silence auf. Wichtig ist hier das Schwellenwert. Desto höher ich den hier setze, desto mehr löscht er mir dann raus und eliminiert die leiseren Töne oder Waveformen, die unter diesen Schwellwert fallen. Du kannst auch noch eine Pre-Attack-Zeit festlegen. Das ist manchmal ganz gut, um keine Transienten abzuschneiden, genauso wie die Post-Release-Zeit. Und jetzt schauen wir mal, wenn ich jetzt auf OK gehe, was jetzt passiert ist. Du siehst also leisere Elemente oder leisere Passagen hat er mir jetzt rausgenommen. Stille Entfernen ist also zum einen ein cooles Tool, um mit Loops kreativ zu arbeiten. Und zum anderen, um bei Multi-Track-Drums oder anderen Instrumenten unerwünschte Nebengeräusche zu entfernen. Jetzt interessiert mich natürlich sehr deine Meinung. Hast du diese Shortcuts, diese Workflow-Tipps alle schon gekannt? Oder war es langweilig für dich? Oder war das eine oder andere neue zumindest für dich dabei? Schreib mir das mal bitte unten in die Kommentare und schreib mir bitte auch in die Kommentare, falls du hier für die Community vielleicht einen Workflow-Tipp hast, der wirklich super nützlich ist und der dir immer sehr oft sehr viel Zeit spart. Ansonsten bedanke ich mich jetzt ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen, schicke dir viele Grüße aus Alicante und wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dann!